Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategien da draußen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Heute werde ich live sein ab 16 Uhr auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv-mörb und zwar nicht alleine. Ich werde zusammen im Ränke spielen mit Maurice Weber, Michael Graf, dem Edope, einem anderen Streamer-Kollegen und dem Denzel von den Rocket Beans am Start sein. Acht Stunden lang werden wir um die Krone von Frankreich oder was sonst wo vor die Flinte kommt spielen und ich bin selber sehr gespannt. Ich habe mir auch ein Charakterkonzept zurechtgelegt, das der eine oder andere vielleicht schon kennt, das ich schon mal gespielt habe und ich bin gespannt wie es ankommt. Ich freue mich auf euch, schaut gerne vorbei. Die anderen Sichtweisen dürfte es auch geben auf Max, natürlich die von der GameStar. Ich nehme mal an, dass bei den Rocket Beans auch was ähnliches läuft und Edope hat seinen eigenen Streaming-Kanal. Die ganzen Infos werde ich versuchen euch noch in die Videobeschreibung zu packen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und sage dann einfach mal bis heute Nachmittag. Macht's gut.